die karte auch gefunden ist auf deutsch man kann recht ist ein menü kann man sich kann ausklappen kann man sich anzeigen lassen was man nur sehen möchte nur die herzen und die wege wegpunkte oder nur die sehenswürdigkeiten alles mögliche alles für die karte sehr gut auch fallen wir auch auf deutsch ich finde sie richtig gut die verlinke ich euch dann im video unten in der beschreibung gucken ich nicht vergesse ich werde ich schon gemacht haben ich bin die karte richtig gut vor allem ist auf deutsch wenn ich mit den englischen begriffen ist noch umschlagen weil bristbein mit das auf englisch ist ja ganz ganz anders wir mal weiter die beiden punkte gefunden durch ein punkt wieder wo ich nicht hingelaufen bin habe ich mir schon gedacht dass da noch irgendetwas ist ich hab's nur gedacht warum bin ich nicht dahin gelaufen naja kann passieren jetzt auch gleich wo keine sorge erstmal in einen punkt hier da ist das schon kann man sehen und ein rechts auf der karte da ist er erst mal die das das rand es ist haltig haben wir ja dann ist natürlich ganz unten links beim toxal so wundert warum sie und da unten nichts weiter ist da unten ist noch was da ganz unten ist noch was nein weil man sich also ich finde die karte auch richtig richtig geil wie gesagt mit dem menü kann man kann man aufklappen kann man sich anzeigen lassen was man nur sehen möchte dass ich alles überladen wirken jetzt können sie in meinem fall ist nur die sehenswürdigkeiten anzeigen lassen jetzt nix in der nähe muss ja hinlaufen ein wegpunkt in der nähe bin ich schon gleich weiß dass ich mal zu viel muss ich da lang ja klar hier muss ich rein beinahe verlaufen hallo beinahe ja ich kann auch brotkrumen streuen er kann mich nicht mehr verlaufen fertig dann geht's die nächsten karte erstmals tier letzte sehenswürdigkeit trinkwasser ist auch vergiftet egal trinkwasser durch hier hinten ganz unten links soll noch was sein da bestimmt da war ich nicht ja ja habe ich mir schon gedacht bei jedem hink mal sonst nur eine helden punkte das war es das war man weil man müssen wenig war schon ein bisschen schutzig war kein herz sonst nix soll hier sehenswürdigkeit soll hier sein soll hier sein sie ist nur nicht da ist er jetzt kommt so das habe ich nicht gesehen kann passieren kann passieren wir müssen familien vor da haben also und abschluss der karte und schlüssel wir haben liefenster betreffsicherheit künftige pistole ich habe die treffsicherheit ist noch zu noch stärker ach so ist für mich da ja noch mal zwei händler immer gedacht nee 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 nein 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 ach so mensch hier mach weg so ist alles 80 kümmern tisch nicht immer kümmern gehen 15 25 das heißt oben links raus das heißt da gehen wir da das heißt es auch 15 25 26 wunderbar krissexügel ach ja der krissexügel neukatzen aus lücners herz sind wir schon da hallo kninchen das ist auch das ne oder nicht ein bisschen verwirrt muss jetzt genau wir sind da und zum siegen der fall zu uns schärfen wenn es schaden gehen und jetzt reparieren die schlöschen oder was das ist das gerade ich will ich nur die 10 taugung ich komme jetzt hier raus da scheinbar nicht und ich war gut ich weiß mir einfach und zu sprung und zwischen woher raus kann war eigentlich nicht immer ihre weg ich doch ein wehpunkt der karte sehe ich nicht ach so ein neukatischen anderes gebiet ja jetzt haben wir das werde ich noch weiter reichen an den blassen baum ja tu das ach das ja auch noch könnte doch eine mehr kommen die rein gar nicht hier ist auch irgendwo ein panorama selber kommen gucken ach da ist ja schon ach da sind wir ja schon da ist so easy so easy ein sehr schön wo sind die zentauern will ich sie besiegen ich habe sie umkloppen die brücke kann ich nicht aber wir haben mit dem hammer drauf von genau das nix das nix zentrauben die zentrauben dafür leistet jetzt brennt ja noch was auch nix auch nix das brennt noch sagt ihr ob es aufs dach du packen was das gar nicht doch mit dornen falle ach das ist man besetzt egal immer wieder hier oben die dornen fallen einmal schärfen klappt ja auch ist noch eine kann man schön im laufen machen ist ganz schwierig kommen noch welche als rein muss ich auch noch ein dienstmöglichkeit ich gerade leute hier bin ich ich kann ja mal den zweiten stadt ausprobieren muss ja so hat das schöne ist ein blitz ok genau so wie die keule ja was zum heilen es mir aber zum heilen ein stadt er immer ist ein halsstäbchen man greift an da bin ich schon soweit bin ich schon soweit auch hier auch noch so weit deswegen bin ich stärker als du deswegen bist du krank hat sie leuten uns schon da anders herz näher wird jetzt erstmal hier hoch ja ist ja gut kurz mal hier beim sterben ja brauchst du dich schnell genug geht doch geht doch so das herz wieder angehen ich wollte es noch fällig machen als gefahr sind du ein fall nicht sehen nichts aber die dornfalle zählt ist noch eine dornfalle sein sind hallo ich weiß auf die ist ja nix mehr hier ist kuhn hier ist leider nicht jetzt mehr rein für die sehenswürdigkeit die wollen wir auch noch haben ja hier ist manchmal auch in die bochen event können die an 13 seiten kommen sind natürlich jetzt nicht da ist klar natürlich besser wenn ich wieder respond ja ich bin glücklich das herz ja ich weiß wieder so ein blödes dingen da ich nur gut wenn hier das event ist ich komme jetzt nicht schluss die ist mal cool dass ich das herz fähig bekomme oder wenn ihr es event ist man das natürlich mit also bis dahin wie gesagt den link der karte ich spreche euch in die video beschreibung schaut ab unten rein wer wird sie dann finden sonst bis dahin tschö mit ö hm Und dann...